Ein Ungeheuer aus den Tiefen des Meeres. Vor Singapur hat die Besatzung eines Bootes diesen seltsamen Fang gemacht und gefilmt. Auf YouTube ist das Video zu sehen. Bei der Kreatur handelt es sich aber keinesfalls um eine Mutation oder Schlimmeres. Es ist ein Lebewesen aus der Klasse der Schlangensterne, engen Verwandten der Seesterne. Die Tiere reagieren sehr empfindlich auf Berührungen. Bei Gefahr werden nicht selten einer oder sogar mehrere der fünf Arme abgeworfen. Diese wachsen aber in der Regel wieder nach. Schlangensterne entwickelten sich bereits vor gut 500 Millionen Jahren und damit ungefähr 270 Millionen Jahre vor den Dinosauriern.